Herzlich Willkommen im Sprachzimmer des Robert Musil Literaturmuseums und ich freue mich ganz besonders heute Dr. Heinz Bachmann bei uns begrüßen zu dürfen. Herzlich Willkommen. Danke, das freut mich sehr, dass ich hier ein Gespräch führen kann. Das ist mir eine Freude, dass ich wieder in Klagenfurt bin. Das höre ich und hören wir natürlich gerne. Es ist ja Ihre Heimatstadt. Heinz Bachmann lebt aber mit seiner Familie in der Nähe von London. Nach der Promotion in Graz reiste er durch die Sahara, arbeitete als Geophysiker in Europa sowie in arabischen und afrikanischen Staaten. 1971 heiratete er in England und seine Schwester Ingeborg reiste damals zur Hochzeit an. Er hatte berufliche Aufenthalte von Spanien bis in die Türkei, von Vietnam bis Kolumbien, ist also weit gereist und hat ab 1977 an der Fertigstellung der damals ersten Werkausgabe der Texte von Ingeborg Bachmann, die im Pipa Verlag erschienen sind, mitgearbeitet. 2015 unterzeichneten er und seine Schwester Isolde als Ingeborg Bachmanns Erben sowie die Universität Salzburg und die Verlage Surkamp und Pipa. Das ist eine ganz besondere Konstellation, dass die zusammenarbeiten, aber auch richtig so über die Edition des Werkes von Ingeborg Bachmann. 2016 angesichts des 90. Geburtstages seiner Schwester hat uns die große Freude gemacht, eine von ihm angefertigte Fotoserie aus dem Jahr 1962 erstmals unter dem Titel Ingeborg, wie ich sie in Rom sah, hier im Musilmuseum zu zeigen. Jetzt ist der Briefwechsel von Ingeborg Bachmann und Max Frisch erschienen und wahrscheinlich wird man manche Vorstellung von der Beziehung zwischen den beiden Schriftstellern, die von 1958 bis 65 dauerte und wie das so schön heißt, mythenumrangt ist oder war. Nun wurde im Licht des veröffentlichten Briefwechsels vielleicht neu sehen. Herausgegeben wurde er von Hans Höller, Renate Langer, Thomas Stressle und Barbara Wiedemann. Der hat es herausgebracht, das Buch heißt Wir haben es nicht gut gemacht. Schienen ist es wie gesagt Besuch, Kamputbiber und hat natürlich hohe Aufmerksamkeit bekommen, das kann man sich vorstellen. Die beiden großartigen Schauspieler und Schauspielerinnen, Caroline Peters und Roland Koch haben am Anfang Dezember dieses Jahres 2022 im Akademietheater aus dem Band gelesen. Ihre Schwester wollte ja eigentlich, dass die Korrespondenz mit Max Frisch nicht zugänglich sein würde. Nun wurden die Briefe die aber mit Ihrer Erlaubnis und mit Ihrer Schwester, Isolde Moser, doch veröffentlicht. Was hat Sie dazu bewogen, um das Einverständnis zu geben? Ja, das ist ein ziemlich komplexes Thema. Denn entweder man müsste im Einvernehmen mit den Briefschreibern das alles vernichten oder der Autor oder der Empfänger der Briefe muss diese Briefe selber zerstören und vernichten. Das Problem ist wirklich sehr komplex. Wir haben ja damals vor 50 Jahren alle Korrespondenz gesperrt auf 50 Jahre. Man hat uns damals sogar Vorwürfe gemacht, warum das gemacht wird. Man hat geglaubt, wir hätten etwas verheimlicht. Aber es ging ja darum, die Privatsphäre der Schreiber zu bewahren. Es waren ja nur sehr wenige konzipierte Briefe, nicht abgeschickte Briefe meiner Schwester. Aber der Großteil sind ja die Briefschreiber, musste man ja schützen. Und damals waren auch die Datenschutzgesetze nicht so strikte. Aus der heutigen Sicht ist das völlig anders. Aber jetzt ändert sich natürlich auch die Situation, weil diese 50 Jahre Sperre, die wir damals auferlegt haben, dabei ist, abzulaufen. Die ist also schon sehr bald. Und damit mit einem weiteren rechtlichen Detail werden dann nach 70 Jahren überhaupt die Autorenrechte frei. Das heißt, es kann dann jeder hergehen, zitieren, wie es ihm gefällt oder aus dem Zusammenhang Sachen veröffentlichen. Es gibt dann eigentlich keinen Schutz mehr und keine gute Editionsmöglichkeit mehr. Und wir haben uns dann entschlossen, dass man das machen sollte, solange das noch möglich ist, dass eine gute Edition gemacht wird von Fachleuten mit der nötigen Diskretion. Denn man muss ja immer noch, wenn Leute erwähnt werden, deren Privatsphäre muss man immer noch schützen. Aber abgesehen davon wird das ja alles in den nächsten Jahren frei. Das hängt aber vom Tod des Schreibers ab. Das wäre also bei Frisch später, als bei meiner Schwester wird das 2043 sein. Aber wenn man so eine Ausgabe machen möchte, dann muss das eigentlich jetzt geschehen. Oder man hätte sich irgendwie einigen müssen, das war nicht abzusehen. Frisch hat sich ja geweigert, Ingeborgsbriefe an sie zurückzuschicken. Da bleibt einem eigentlich nichts anderes übrig, als einmal diesen Schritt zu machen. Und ich glaube, das ist ein guter Moment. Nach so vielen Jahren sieht man das anders. Und das ist auch wichtig für die Problematik des Schreibens für beide Schriftsteller und wie sie damit umgehen, um das zu sehen. Ich habe es schon erwähnt, die Reaktionen waren natürlich sehr stark auf diese Publikation. Haben Sie nachträglich das Gefühl, das war die richtige Entscheidung? Ich würde sagen, ja. Es werden natürlich immer Fragen aufkommen. Der Briefwechsel ist ja sehr komplex und so unglaublich umfangreich. Und da wird es sicher Interpretationen geben, wie man bestimmte Sachen zu verstehen hat. Es gibt auch Lücken, denn einige Briefe wurden von meiner Schwester vernichtet, von Frisch wahrscheinlich nicht. Aber zumindest ist dann alles offengelegt. Und ich glaube, das war schon der richtige Schritt. In einem Gespräch mit dem Schweizer Radio hat die Germanistin Renate Langer, also eine der Herausgeberinnen, gemeint, dass Ingeborg Bach mit Ihnen und mit Isolde Moser die beiden stabilsten Beziehungen in Ihrem Leben geführt habe. Würden Sie dem zustimmen? Also ich glaube, ja. Aber das wäre vielleicht nicht ausschließlich die Beziehung zu meiner Schwester Isolde und zu mir, sondern auch zu den Eltern. Da war ein wirklich sehr großes Vertrauensverhältnis da. Und ich habe das auch gesehen, das ist natürlich nicht bekannt. Ich kann das erwähnen. Die Elternbriefe, also die Briefe meiner Schwester an die Eltern, sind unglaublich offen, sehr interessant und sehr lebendig. Und es wird fast alles, ich glaube nicht, dass es da viele Geheimnisse gegeben hat, wenn irgendwelche wirklich privaten Probleme, hat sich mit Sicherheit mit unserer Mutter besprochen, vielleicht nicht mit dem Vater, auch nicht mit mir. Aber da war auf jeden Fall in der Familie ein großes Vertrauensverhältnis. Ich glaube, das ist insofern auch ein wichtiger Punkt, weil das haben Sie ja auch schon gesagt, also die Elternbriefe, die Beziehung zu den Eltern und damit auch die Beziehung zu Klagenfurt und zu dem Haus in der Hänselstraße war doch intensiver, als man es bisher vermutet hat, oder? Ja, auf jeden Fall. Wie der erste Briefwechsel mit Hans-Werner Hänse veröffentlicht wurde, da haben die Herausgeber gestaunt, wie viele Briefe nach Klagenfurt oder von Klagenfurt ausgeschrieben wurden und nach Klagenfurt gegangen sind und wie oft sie hier war. Und das war dann fast eine Offenbarung. Und das ist jetzt natürlich durch alle anderen Briefwechsel bestätigt worden, dass das also eine sehr wichtige Beziehung war und eine sehr positive. In einem Zeitungsinterview haben Sie gemeint, es hätte kaum einen größeren Kontrast geben können in einer Beziehung wie den zwischen Ingeborg Bachmann und Max Frisch. Ja, ich meine, es ist natürlich schwierig, wie sieht ein Bruder eine Beziehung seiner Schwester. Aber Ingeborg war immer in Gesellschaft eine sehr lebendige, fröhliche, Anekdoten erzählende und war ein besonderer Anziehungspunkt für die Leute. Und ich habe Frisch nur ein paar Mal getroffen und ich fand ihn eher etwas trocken, belehrend. Aber gut, ich war sehr jung, kann man sagen, ja, jetzt haben wir jungen Wurscht. Aber ich konnte mir nicht vorstellen, dass er das Leben einer Gesellschaft auf einer Party oder so gewesen wäre. Und das ist eine so andere Weise, sich zu verhalten und sich vielleicht auch darzustellen. Also da ist schon ein deutlicher Kontrast. Und ich glaube, dass ich mich da nicht geirrt habe. Ich habe es natürlich nicht miterlebt, aber aus der Autobiografie von Hans-Werner Hünse erscheint Ingeborg Bachmann wie eine Prinzessin, strahlend der Mittelpunkt einer Gesellschaft. Absolut. Und aus diesen Texten habe ich mir, ja, dieses Bild stelle ich mir vor. Und wäre gerne dabei gewesen, wenn ich das so en passant sagen darf. Hünse und die Bachmann, deiner Premiere, deiner Hünse-Opa an der Melinda Skala. Diesen Moment hätte ich gerne miterlebt. Ja, das ist wirklich. Und viele Leute glauben ja, Ingeborg Bachmann ist alles schwermütig und so. Aber es ist sehr viel versteckter Humor auch im Werk. Oder wenn man die Szenen da unter Mördern und Ehren, die Frauen, die zu Hause sitzen, während die Männer sich da zum Trinken versammeln. Weil diese Szenen sind so bizarr und so, ja, auf eine traurige Art, eher komisch. Und es hat sich natürlich, die Gesellschaft hat sich sehr geändert seither. So ist es wohl nicht mehr. Aber es ist eine Darstellung, wo Humor meiner Schwester sehr stark durchkommt. Und das war sehr eindeutig, auch immer im Familienkreis. Es war immer sehr, sehr lebendig. Und das konnte, wenn ich mir, ich habe zum Beispiel die Briefe von Frisch an seine Mutter gelesen. Das kann man überhaupt nicht vergleichen, wenn ich da an unsere Briefe denke. Und vielleicht ist es deswegen auch so, also in diesem Gespräch für das Schweizer Radio, das man im Internet nachhören kann, da spricht die Moderatorin, wenn sie den Herrn Stressle anspricht von der Frisch-Seite und wenn sie die Frau Langer anspricht von der Bachmann-Seite, was ich ganz, ganz interessant fand. Aber es hat sich scheinbar gut gefügt. Das ist Szenen ansprechend. Ich bin auch schon gespannt auf diesen Film, der wahrscheinlich den sehr kurzen und knackigen Titel Bachmann und Frisch haben wird. Margarete von Trotter, wahrscheinlich die bedeutendste Regisseurin Deutschlands, hat den Film gedreht. Er ist vielleicht in der Postproduktion und war hier sozusagen auch in Klagenfurt. Und vielleicht können Sie uns, das war die Idee, einen Besuch in Ingeborg-Bachmann, also Max Frisch, Sint Klagenfurt, hier in Szene zu setzen. Haben Sie diesen Besuch noch in Erinnerung? Ja, ja, den habe ich noch sehr gut in Erinnerung. Das war 59, muss im Spätfrühjahr gewesen sein. Und, also ich kann mich irren über das Datum. Ich mache mir keine Notizen über solche Sachen. Und sie sind da mit einem kleinen Sportwagen gekommen. Und unsere Mutter hat so ein gutes Essen zu berettet. Und unser Vater, der Hauptschullehrer war und Hauptschuldirektor damals, hat eine sehr schöne Rede gehalten, um ihn willkommen zu heißen. Und das hat mich meinem Vater noch nie so reden gehört. Und der konnte das offensichtlich. Ich bin mir nicht sicher, ob sie über Nacht geblieben sind, wenn, dann sind sie im damaligen Musil Hotel geblieben. Aber ich bin mir dessen nicht sicher. Und wir sind dann, also nach einem gemütlichen Mittagessen und der Willkommensrede meines Vaters, sind wir dann nach Kötschach zu meiner Schwester Isolde gefahren und Franz, ihrem Mann, der damals noch gelebt hat. Und, also das war ein, ja, sehr angenehmes Zusammensein. Ich bin, wir sind dann, weil natürlich die ganze Familie gefahren ist, dürfte ich mit Frisch im Sportwagen fahren. War das ein Privileg, mit Frisch zu fahren? Ich weiß es nicht. Und, ja, sollte es wohl sein, ja. Und meine Schwester ist mit dem weißen Volkswagen und den Eltern hinter uns hergefahren. Und wir sind da bei der, die Vielerfer Straße, die war damals noch ziemlich eng. Ich habe die Geschichte schon öfter erzählt. Und setzt Frisch an der engen Stelle zu einem Überholmanöver an. Und mir sind da die Haare zu Berge gestanden. Das habe ich heute noch, wirklich noch vor mir. Und, ob er mich da beeindrucken wollte oder einfach seine Art zu fahren, jedenfalls war ich nicht beeindruckt. Das war etwas gefährlich, dieses Überholmanöver. Aber wir sind dann gut in Körtschach-Mauten angekommen. Ja, das ist gut zu wissen, dass dieses Abenteuer mit Max Frisch gut ausgegangen ist. Der Briefwechsel ist in den Buchhandlungen ihres Vertrauens natürlich schon erhältlich. Was auch ganz wichtig ist, denke ich, dass bis zum 23. November 2023 im Österreichischen Literaturmuseum die Ausstellung Ingeborg Bachmann eine Hommage zu sehen ist, die möchte ich Ihnen ebenfalls sehr ans Herz legen. Und abschließend, wenn Sie mir erlauben, den Schweizer Kulturjournalisten und Frischbiografen Julian Schütt zu zitieren, der hat dem St. Galer Tagblatt Folgendes gesagt, also man möge sozusagen den Briefwechsel nicht unter der Perspektive, dass man ein Urteil über jemanden fällen würde, lesen, lesen wir die Briefe stattdessen als literarische Dokumente, die vor allem beweisen, dass Ingeborg Bachmann wie Max Frisch zur besten Literatur ihrer Zeit zu zählen sind. Ich glaube, das ist eine, das kann man als Maxime verenden. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. Vielen Dank, Heinz Bachmann, und alles Gute. Ich danke Ihnen, dass Sie mir diese Gelegenheit gegeben haben und es hat mich sehr gefreut. Vielen Dank. Vielen Dank.